Amri, sehr gut, Nemec ist frei, entscheidet sich für Mitzanski. Und das ist der Treffer für den FCK, Iljan Mitzanski. Und Nubin Maradona kann auch tanzen. In der 32. Minute die Führung für den 1. FC Kaiserslautern. Er hat schon im Test gegen den FSV Frankfurt getroffen, Donnerstag vor einer Woche. Und das macht er natürlich überragend mit der Hacke, Iljan Mitzanski.